Die zweite Liga, sowas schafft nur der Klub. Und sie stehen immer wieder auf und fighten sich immer wieder zurück in die erste Liga. Ein Rekordaufsteiger auch, muss man auch sagen. Weiß natürlich auch hier jeder. Aber eine Problematik ist es natürlich schon, wenn du nicht auf Dauer irgendwann mal nachhaltig arbeitest. Das muss man schon kritisch auch anfügen. Es gab gute Zeiten, gar keine Frage. Auch in den 60er Jahren, als sie Meister waren eben. Da hatte man das modernste Trainingsgelände in Europa und spielte dann in der zweiten Liga ein, in der Regionalliga. Und Achtung, jetzt kommt vielleicht mal was hier. Ja, jetzt, der Freie. Freie, der hat ein bisschen Platz und Freie gewinnt. 1 zu 0 für den Klub. In der 34. Minute. Toll, stark durchgespielt, Davies Müller, herrlich, hervorragend, 1 zu 1. Was für ein Lauf dieser Bayern hier. Ein Torführung, 2 zu 1. Herrlich, besser kann es nicht rausgehen. Da sitzt du noch nicht ruhig in deinem Sessel hier und schon klingelt es im Max-Morlock-Stadion. Boah, das ist feier, ne? Da ist Lukas May. Ja, ob es der Lukas May schafft. Ja, das ist die Frage. Er hat schon mal ein bisschen Luft schnuppern dürfen. Ja, aber... Und der Heinkes... Und jetzt muss er erstmal hinterherlaufen. Lass den Heinkes weg, lass den Heinkes weg! Und da ist es! Sehr macht! Also da, taktisch, vertraut Jens Keller dem ein und selben Konzept. Das ist ja das Thema. Das ist ja das Thema. Kein Coutinho, kein Müller, die jetzt da immer wieder rein und rausziehen. Die zwei Viererketten stehen sauber und dann wird schnell umgeschaltet. So muss es sein. Schleusener, da ist er der Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. 17 Tore für Karlsruhe 20-17. Und hier macht er das 4 zu 1. Knappe Stunde gespielt. Fabian Schleusener und...